Musik Wenn ihr jemanden fangt, seht ihr das als Punkt für euch. Lauf! 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 Wir machen den nächsten. Jawoll. Wir machen den nächsten. Oh, komm. Zuka, komm. Zieh durch. Zieh durch. Zieh durch. Zieh durch. Zieh durch. Und den nächsten. Ohne nochmal. Und nochmal Wiederholung. Rechner. 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 Komm her. Jawoll. 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 Vor der Kamera steht Erik. Wir sind beim HFC Sommerkämpf. Der junge Fußballer. Erik, sag mal ein paar Worte dazu. Warum seid ihr jetzt hier in der Kicker-Arena und wie läuft das so ab? Wir sind hier in der Kicker-Arena, weil unser Sandanger, unser Trainingszentrum leider von der Früh betroffen war und dort war aktuell kein Training möglich. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir die Kicker-Arena als Alternativlösung gefunden haben, dass sie zur Verfügung steht, um dieses Sommercamp an den drei Tagen durchzuführen. Und was macht ihr den ganzen Tag so? Wie läuft das ab? Wir haben verschiedene Trainingseinheiten zu Schwerpunkten wie Dribbling, Passenball, An- und Mitnahme und natürlich auch Torschuss und natürlich auch kleine Wettbewerbe, damit das ganze Camp Freud betont, abläuft über die drei Tage und die Kinder geben sich große Mühe und sind mit Feuer, Eifer dabei. Und die Kinder sind dann den ganzen Tag hier oder wie? Wir betreuen die Kinder von 8 bis 16 Uhr, also ist es ohne Übernachtung. Die Eltern bringen die Kinder früh her und holen die dann nach dem Tag auch wieder ab. Und den Kindern macht es großen Spaß oder wie ist dein Eindruck? Ich hoffe, dass es den Kindern großen Spaß macht. Also bis jetzt, denke ich, haben wir unser Ziel erreicht, den Kindern Freude und Spaß am Fußball zu vermitteln und das ist die Hauptsache, das Hauptziel. Gut, danke erstmal. Gut, danke. Hackelsack? John? Hackelsack, Wanderung mit zwei. Ich habe euch, wie gesagt, in acht Mannschaften aufgeteilt. Vier etwas kleinere, also aus den kleineren Spielern bestehenden Mannschaften und vier aus den größeren Spielern bestehenden Mannschaften zuhören. Werden wir drüben dieses Vierer zum Überspielen? Die kleineren spielen hier erst getroffen. Ist Bayern München, stellen sich halt dort als erstes hin. Noah David, Jonas Degenhardt, Sebastian Pohl, John Schneider, Hendrik Vogelsberg und Max Binner. Die Leibchen liegen dann immer an diesem Tor. Auf der Gegenseite, nahe zu mir das Tor, dort liegen dann die Leibchen. Die Mannschaft, die dort auf der Seite spielt, geht dann immer die Leibchen an. Hier! Und gefällt euch das hier, Ben Camp? Ja. Macht Spaß? Ich kann schon alles. Welche Mannschaft seid ihr jetzt, wenn ihr spielt? Werder Bremen. Macht viel Spaß? Welche Mannschaft seid ihr jetzt? Schalke. Schalke. Macht Spaß hier Fußballspielen? Ja. Also das geht eigentlich. Na dann, gewinnt man viel? Ja. Viel Spaß. Und wie war euer erstes Spiel? Wir haben 4-1 gewonnen und 10 Punkte. Und welche Mannschaft wart ihr? Dortmund. Gegen wen habt ihr gewonnen? Bayern gegen uns. Das geht doch gar nicht, oder? Doch. Hat es euch denn Spaß gemacht? Ja. Weil wir zwei Torstädte sind. Ja. 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 Ich hoffe, immer távicant. Ja. Ja. Auf divisoritative país, sch SIma bin ich dran. Na der Auf uns, Wantveld? Vägerlichen.